hallo und herzlich willkommen zurück zu brilli baut ihr lieben es geht weiter wir müssen die letzten beiden bürgen wo haben wir denn jetzt die möhre hat er gedroppt hatten wir schon eine möhre wenn nicht ist das cool denn ja wir müssen hier weitermachen schließlich wird meine baufirma nicht fürs rumlungern bezahlt sondern fürs bauen von reichen minecraftlern die willen von reichen minecraft nein ich bin schlecht ich bin schlecht kann man eigentlich schlecht in minecraft sein doch kann man kann wie ihr seht man kann was mache ich denn hier ich besoffen was vollkommen betrunken der brilli so jetzt das war nicht mal extra was mache ich denn hier jetzt bin ich ganz aufgeregt oh man es klappt es klappt einfach nicht ja das so ist wenn man betrunken an den bau geht so jetzt aber zack okay so das hätten wir jetzt geht erstmal weiter es ist früher morgen meine herren da ist nix hier aber das das schafft er direkt hier das schafft er direkt so zack 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 den noch nicht den noch nicht und um geklappt es hat geklappt aber das ist zwei sicher weil ich mein schon war heute bin ich gut drauf hier das könnte man auch überlegen einfach hier noch ein slap drauf zu setzen ja machen wir gleich bei uns erst noch gerade den letzten bogen ready ready wo die es runterfallen die ganze zeit verbraucht unser essen wie sonst was ganz alleine so einem riesigen haus das wird ja noch was da fühle ich mich einsam einsame spitze ja 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 so jetzt super krass super krass man nennt ihn super krass man nennt ihn super dupe krass bois so und ich darf mal wieder weg zack 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 falsch ich habe mich vertan jetzt haben wir auch keine slaps mehr oder was die wollte ich dann auch gar nicht setzen ein news labs aber ich habe noch selbst alles gut alles gut das wäre dann auch der der letzte bogen zack machen wir jetzt hier noch so ein step drauf komme ich hier rüber eigentlich schon so okay der burgengang meine herren und damen und damen und herren er ist soweit fertig warte mal hier habe ich mir jetzt auch überlegt machen wir die mal weg das ist unbedingt mal den ex gewälder machen einfach keinen bock ja vor allem bauen wir jetzt hier so ein raum wo man denkt ja gut großer raum hoffentlich wird ja auch genutzt ja es ist einfach nur ein gang es soll nur ein gang werden aber vielleicht ändere ich ja noch mal vielleicht wird das ja doch ein raum da müsste man jetzt überlegen ob man links und rechts hat das habe ich jetzt anders konzentriert das wird ein gang das wird und bleibt ein gang ende ende gelände was ist da ich für ein roter baum das ist tiger wood und dafür bin ich so weit gerannt der steht einfach direkt vor unserer haustür das kann doch nicht wahr sein ich hasse dieses spiel so sehr aber das kennt man ja da fällt will man in den aldi fahren und fährt und fährt und fährt und fährt und ist in einer ganz anderen stadt und dann findet man in aldi und kommt zurück und sieht ach hier um die ecke zwei meter fünfzig von zu hause entfernt ein aldi ja das ist mir nicht passiert so ok bogengang wie sieht das eigentlich aus die baustelle die sieht einfach grandios aus muss man einfach so sagen müssen bei salz rufen auch ne ich muss aber grad gucken der weg nicht sicher nicht sicher sollen wir den einen höher machen also da die quasi die stufe da nicht machen gar nicht sicher muss man überlegen ich mache das erstmal wieder weg das hier ist auch irgendwie falsch da muss so einer hin ist das richtig das müsste so sein ja so bogengang teil eins ist soweit fertig bis auf das komische deutsche ding was da noch liegt wir müssen unsere schaufel reparieren sehe ich gerade das können wir gerade mal machen zum glück sind wir hier die ganze zeit around so wächst wenigstens das brot wieder so viel wie wir verbrauchen hier sieht es auch geil aus ist hier noch irgendwie ja so fresh tools ok wie machen wir weiter machen wir doch wir müssen jetzt erstmal den weg da oben verlegen denke ich jetzt die frage was verlege ich da für slabs ich nehme die haben wir davon noch welche die slabs und dahinter das holz vielleicht das würde ja bedeuten das weg wenn ich das höher mache würde das dann irgendwann so aussehen was passiert ne das sieht wahrscheinlich scheiße aus slabs können wir ja gar nicht nehmen das würde zwar ganz gut aussehen glaube ich so und jetzt würde ich da halt gerne dann wir können das ja mal testen einen zaun drauflegen ein bisschen das stellen wie baue ich denn nochmal einen zaun ach guck mal das sind sogar andere sticks baue ich denn so ja ist das jetzt was ist das jetzt fennst natur auf dem testing testing ich glaube das geht nämlich nicht ich drehe mich manchmal zu schnell ich glaube ich bin zu sensitiv eingestellt so jetzt kann ich wahrscheinlich hier doch geht das ist natürlich nice weil das ist jetzt nur ein test das muss ja jetzt nicht der zaun sein ist nur testweise müssen auch nicht notgedrungen dieses labs sein aber ich finde das so an sich ja an sich finde ich das so schon mal ganz gut da wird es schon wieder dunkel 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 das war extra ich will nämlich gerade mal pennen gehen im dunkeln ist nämlich nicht so gut munkeln gerade hier nicht während man baut ihr kennt noch den todesschützen von vor ein paar folgen das war nicht so mit da habe ich schiss gehabt ganz ganz viel schiss so ja 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 andere Slaps kann man nicht da drunter legen, das weiß ich. Also man kann jetzt nicht einen Slap davon und den anderen Slap davon. Das heißt, dass das so nicht sicher vielleicht nehme ich da doch einen Marmorboden. Einen Marmorboden. Ansonsten das mit den Zäuden dazwischen, das finde ich eigentlich ganz hübsch. Aber das, das da gefällt mir noch nicht so ganz. Ich glaube, es bleibt nicht viel anderes übrig, als mal wieder Schizzle-Mabel Farben zu gehen. Denn wir haben nicht mehr viel. Das bedeutet, ich lege mal alles, was wir jetzt hier haben, in die Chests. Äh, das kann alles mit. Das Schwert kommt mit. Ja. Fackeln brauchen wir noch neue. Äh, habe ich noch Sticks rüber? Da habe ich noch viele. Das, den machen wir mal gerade. Warte mal, ne. Wir machen Steinfackeln. Habe ich hier irgendwo ein paar Koppels? Nein. Ah, da gehen wir gleich runter. Den Hammer nehmen wir mit. So, zu pressen haben wir. Das nehmen wir mit. Äh, bewub, bewub. Okay. Vielleicht sollten wir noch mal ein wenig mehr zu pressen mitnehmen. So fließe es. Schauen wir mal. Her mit dem Schmodder. Ach, so ein Dreck. Ich brauche unbedingt mal unsere Ho. Der ist hier wieder richtet. Sind wir noch 45? Naja. Zumindest mal verhungern wir nicht mehr. Zacki, zacki. Wobei ich glaube, meine Figur möchte auch mal wieder langsam Fleisch essen. Aber gut. Das ist momentan nicht möglich. Es ist möglich, aber zu aufwendig. Bald, bald, meine kleine Figur. Bald bekommst du mal wieder Fleisch. Versprochen. Schöne Steaks. Schön blutig gebraten. Yum, 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 yum. So. Wir machen uns gerade noch ein paar Brote. Und dann geht es hinunter. In die Mine. Guckt mal nochmal gerade, ob sich das jetzt auch wirklich doppelt so schnell anfühlt mit unseren Ender Essences. Ach so, ich muss sowieso noch Packen machen. Äh, Coal. Oh, wir haben richtig viel Kohle. Richtig gut. Richtig gut. Zehn. Und dann machen wir noch ein paar Kobbels. Zehn. Und dann gucken wir mal. Ender. Oh ja. Sind schon wieder zwöl. Also es scheint jetzt dann doch was schneller zu gehen. So. Was tue ich? Was tue ich? So. 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 Okay. Ein paar mehr Faggeln. Und dann gehen wir mal runter. Äh, Schizzle Marble? War das ganz unten? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir werden einfach mal gerade ein paar Gänge durchgehen und gucken, ob da irgendwo Schizzle Marble vorkommt. Schizzle Marble. Also ich gehe hier direkt mal durch. Was haben wir denn hier? Oh nix. Da. Was ist das? Gart. Gnat. Garnolit. Ich bin mir sicher. Nee. Zeit. Äh, kann das doch höher vor? deficit. und hat mir was gibt mir ein paar die haus die haus das ist die frage jetzt weg gegangen man weiß es nicht So, was haben wir da? Marble, Geostrata, okay. Nee, dann kommt es nicht hier vor. Glaube ich. Dann müssen wir doch weiter hoch. Aber wir können mal ein bisschen Geostrata Marble mitnehmen. Denn für die Böden werden wir das wahrscheinlich brauchen. Genau wie wir auch noch Basalt brauchen. So. Immer mit den Schmodder. Hier. Das ist immer noch mit. Blob, 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 blob. So, haben wir noch etwas Wichtiges? Okay. Dann gehen wir mal und eine Nummer höher. Kann noch mal grad gucken in den anderen Bereichen. Guck mal in die anderen Gänge kurz rein. Ob ich da irgendwas sehe. Vielleicht noch mehr Geostrata oder Basalt. Hier sehe ich jetzt nix. Da, was ist das? Ich glaube, ich glaube, Quarz. Quarz, 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 Quarz. Also, es scheint sehr viel Quarz vorzukommen. Das ist leider kein Basalt. Regeneration. Hmm. Na, 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 na. Ich höre ich auch einen Timer nicht an. Und ich glaube, dass 15 Minuten rum sind. Habe ich irgendwie ein Gefühl. Ich würde sagen, O, 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 O. Ich würde sagen, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen hier unten und dann auf der Suche nach O, 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 O. sind. Sein werden. Und dann würde ich mich dann für heute verabschieden von euch. Ihr Lieben. Gut. Fuck! Ah! Was ist eigentlich los in den letzten Folgen? In jeder Folge am Ende. Jebus! Wo ist Wasser? Wie lange brenne ich denn? Okay. Ganz ruhig. Bis zum nächsten Mal. Ey, dieses Spiel, es macht mich so wahnsinnig. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.